Katastrophaler Vorsatz bei der Diät übertrieben Mit einem solch peinlichen Nebeneffekt ihrer Ernährungsumstellung hat Susanne nicht gerechnet. Auf der Fahrt zu einem Einkaufsbummel muss sie im Stadtbus auf einmal ganz dringend groß. Wie aus dem Nichts hatte der immer stärker werdende Drang sie überkommen. Wird sie sich in alle Öffentlichkeit in die Hose kacken? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage